Einen wundervollen guten Tag, herzlich willkommen zu einem weiteren schönen Python Let's Code und zwar auch wieder in sieben Zeilen wollen wir uns QR Codes sowohl generieren als auch auslesen. Das bedeutet, wir machen beides und das innerhalb von sieben Zeilen und glaubt mir, da sind sogar die Imports dabei. Das ist das tolle dabei, wir könnten sogar noch wahrscheinlich in weniger Zeilen machen, aber ja, sieben Zeilen ist glaube ich ganz fair. Okay, was wir dazu brauchen sind allerdings drei Bibliotheken und zwar einmal brauchen wir PyQR Code und PyPNG zum, äh ja, pip, vielleicht pip install reinschreiben, Kollege, zum Bauen von den QR Codes, weil die als PNG natürlich gebaut werden sollen, das heißt die sollen als Datei dann gemacht werden. Ihr könnt sie natürlich auch einfach anzeigen lassen, das zeige ich euch auch noch, dazu braucht ihr kein PyPNG, aber zum Ausgeben als Bild braucht ihr das. Auf der anderen Seite werden wir PyZBar verwenden, um die Bilder wieder einzulesen, das heißt um QR Codes zu dekodieren und ja, das machen wir mit PyZBar. Okay, wenn ihr die drei habt, dann können wir beginnen. Zunächst einmal, was brauchen wir zum Generieren? Hier oben kommt erstmal das Generate rein und ja, das ist ein Kommentar, aber das zähle ich nicht als Zeile für den Code. Und zwar, wir brauchen zum Generieren einmal den Import von PyQR Code. Daraus bauen wir uns die URL und zwar sagen wir hier PyQR Code.create und ja, jetzt können wir uns hier überlegen, was für Daten wollen wir da eigentlich reinmachen. Also ihr könnt natürlich auch Zahlen reinschreiben und 0, 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter und so fort oder natürlich 42. Ihr könnt aber auch ganz einfach eine URL reinpacken und das macht in den meisten Fällen viel mehr Sinn, weil ihr natürlich hier sehr viel besser Daten irgendwie übermitteln könnt. Das bedeutet eben Informationen an andere Teilnehmer mitgeben könnt und das machen wir so. Nächster Schritt wäre uns einfach ein, ja sagen wir einfach mal, wir wollen das ganze Ding im Terminal ausgeben. Das sieht ziemlich cool aus übrigens, das muss ich euch ganz kurz zeigen und wir sagen hier einfach URL.terminal und können uns hier aussuchen, was für Farben wir reinpacken. Das schauen wir uns dann aber gleich an. So, das sieht so aus. Wir haben uns quasi jetzt gerade den QR Code für meine Website ins Terminal ausgeben lassen. Ziemlich cool finde ich das Ganze. Aber, ja, wir sind natürlich noch nicht ganz glücklich, ja, das ist hier vielleicht, da ist es schwarz und da ist es weiß, ja, vielleicht nicht. Wie wäre es denn, wenn wir hier tatsächlich die Farben ein wenig anpassen und dazu schauen wir uns nochmal ganz kurz an, was wir hier kriegen. Und zwar einmal Module Color ist ein String Default und Background ist auch ein String Reverse. Okay, das bedeutet, wir können hier einfach sagen, Module Color nehmen wir doch einfach mal, beziehungsweise wir brauchen den Parameter nicht mal unbedingt angeben. Wir können hier einfach direkt die Farben angeben. Wir können hier direkt sagen, hey, wir hätten das gerne einmal in, was nehmen wir, ähm, was nehmen wir, green und nehmen wir black. So, jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal an und sehen wir, bam, wir haben einen grün-schwarzen QR Code generiert in unserem Terminal. Das ist ziemlich, ziemlich cool, oder? Also, ich glaube schon. So, was wir jetzt natürlich auch machen können, weil das ist ja eigentlich nicht, dass jemand QR Codes wirklich weitergibt. Ähm, man gibt das Ding normalerweise als PNG-Datei oder als SVG-Datei weiter. Und das heißt, wir können hier sagen SVG, klar, oder PNG, das ist das, äh, Format, das mehr unterstützt wird, sage ich jetzt einfach mal so, okay. Okay, und wir sagen hier, okay, wir wollen das ganze Ding in, ich sollte meinen Audio Ordner langsam mal umbenennen in, äh, Data Ordner oder sowas. Aber ja, ähm, wir machen das jetzt in Audio, Slash, auch wenn es kein Audio ist, ich weiß, QR Code Punkt PNG. So, und jetzt schauen wir uns einfach mal ganz kurz an, wie der QR Code hier aussieht. Wir sehen hier, bam, das ist halt einfach ein ganz normaler QR Code. Wir können ihn aber auch noch ein kleines bisschen besser gestalten, weil das hier ist wahrscheinlich relativ wenig Fehlerkorrektur. Die Pixel sind uns vielleicht ein bisschen zu klein und so weiter und so fort. Das können wir hier oben alles machen. Das heißt, wir können hier zum Beispiel hergehen und die Fehlerkorrektur setzen auf Large, also auf viele Fehler, die verbessert werden können. Wir können auch eine Version theoretisch setzen, wir können auch den Modus auf Binary setzen und so weiter und so fort. Das müssen wir hier aber, ähm, eigentlich alles nicht machen. Könnt ihr euch gerne mal durchlesen, wenn ihr hier auf Create geht, dann seht ihr hier, was ihr eigentlich alles habt. Und so, ähm, und ich habe euch gerade angelogen, ähm, genauer genommen haben wir hier den Fehler gerade runtergesetzt mit dem L. Also L ist quasi niedrige Fehlerkorrektur, während H die höchste Fehlerkorrektur ist. Und Q ist, äh, in der, in der Mitte, das ist so das meiste, das hat 25% Fehler, die man verbessern kann. H hat 30 Fehler und L hat eben nur 7% Fehler. Das heißt, wenn ich das jetzt nochmal laufen lasse, merkt euch ganz kurz, wie dieses Bild aussieht. Wenn ich das jetzt nochmal starte, dann sehen wir hier, dann sehen wir, dass das Bild sich nicht aktualisiert. Schade. Aber dann sehen wir hier, dass es ein bisschen kleineres Bild geworden ist. Das heißt, vielleicht sollten wir hier tatsächlich auf das H wechseln, damit wir hier viel Fehlerkorrektur drin haben. Okay. Jetzt natürlich wollen wir, ähm, vielleicht das Ganze noch ein bisschen skalieren. Das heißt, wir sagen hier drin noch, was können wir hier eigentlich noch reinmachen. Modul Color, zum Beispiel, können wir hier reinmachen. Und zwar, ähm, ist, also im Endeffekt ist es ein Tupel aus, äh, drei Farben RGB natürlich und dem Alpha-Wert. Das heißt, wir können hier zum Beispiel sagen, grün, also 0, erstmal rot, 0 auf 0 setzen, ähm, das ist quasi rot aus, ja. Dann sagen wir hier grün an und dann sagen wir hier blau wieder aus und wir sagen, die Durchsichtigkeit setzen wir auch aus. Das zweite wäre die Background-Farbe, aber die ist standardmäßig schon, äh, halt, die ist standardmäßig auf weiß gesetzt. Also 255 ist komplett weiß. Das bedeutet, wir setzen hier unseren Background natürlich wieder auf ein Tupel mit 0, 0, 0 und 255, also auch nicht durchsichtig. Wir können es auch durchsichtig gestalten, machen wir aber hier nicht. So, ähm, natürlich können wir auch den Scale verändern. Das bedeutet, wir können das Ding ein bisschen größer machen und setzen es zum Beispiel auf einen Scale-Faktor von 5. Und damit bekommen wir unseren schönen eigenen Custom-QR-Code, der so aussieht. Finde ich deutlich cooler als das andere gerade, ähm, aber ja, ihr dürft mir gerne mal eure Meinung in den Kommentaren natürlich wie immer schreiben. So, in dem Fall passt das eigentlich für meine Seite und, ja, jetzt haben wir hier immer noch dieses doofe Print-Statement, das brauchen wir hier nicht. Wir wollen nur ein Bild schreiben. Die nächste Sache wäre natürlich das Dekodieren. Wie machen wir das? Nun, Dekodiert wird mit dem Paket PyZBar. Das heißt, wir müssen hier natürlich erstmal PyZBar importieren. Wir importieren aber nicht alles und sagen hier, from PyZBar, Punkt PyZBar, importieren wir Decode, wenn wir nicht alles brauchen. Ihr könnt natürlich auch noch mehr importieren, wenn ihr das wollt, aber in unserem Fall macht das wenig Sinn. So, und jetzt dekodieren wir hier mal ganz kurz Folgendes. Naja, was genau wollen wir denn dekodieren? Hm, wir brauchen ein Image. Ein Image, in dem Fall eine Pill-Image. Also wir sehen hier, Pill.Image wird verwendet zum Dekodieren. Ja gut, das heißt, wir müssen hier tatsächlich noch einen weiteren Import starten und sagen hier, from Pill, also das ist quasi die ursprüngliche Bildbearbeitungslibrary, also Python Imaging Library, dafür steht Pill auch. Die wollen wir verwenden und natürlich, ups, natürlich hier Image importieren. So, wunderbar. Das heißt, wir können jetzt hier tatsächlich ein Bild einbauen, aber wie machen wir das? Wie öffnen wir ein Bild? Nun, wir benutzen einfach Image.open und können hier eine Datei angeben. In unserem Fall wäre das unter audio.qrcode.png. Und hier wird mir übrigens von PyCharm sogar angezeigt, wie groß dieses Ding ist. Also gerade habt ihr es vielleicht ganz kurz gesehen, wir haben hier 30 oder so was Pixel, die da angezeigt werden. So, jetzt haben wir natürlich hier die Daten. Jetzt wollen wir die auch noch ganz kurz mal angucken und zwar mit Print Data. Und wir sehen hier, ja, es hat leider seinen Grund, warum hier meistens QR-Codes nicht optisch so ansprechend, wie dieser hier aussehen. Auch wenn manche QR-Code-Reader den verkraften. Naja, sagen wir es so, PyZ-Bar ist jetzt nicht so mächtig, dass die das verkraften. Und deswegen, wenn ihr wollt, dann können wir auch nochmal selbst so einen QR-Code-Decoder schreiben und nicht mit einer Library arbeiten. Das müsst ihr mir dann aber natürlich schreiben. So, was wir jetzt hier mal machen, ist, wir schmeißen das hier erstmal raus. Achtung, wir schmeißen einfach mal nur die Farben raus und lassen den Scale sogar noch dran. Und dann sehen wir hier, boom, es wurde offensichtlich dekodiert mit https-morphos.de. Aber ja, die Farben leider, leider nicht so sehr. Und ja, das wird wahrscheinlich auch ungefähr der Grund dafür sein. Aber gut, man kann es natürlich auch so machen. Die wenigsten QR-Codes, die ich sehe, sind so grün auf schwarzem Hintergrund. Aber ihr könnt es gerne mal probieren. Vielleicht geht es ja andersrum. Also vielleicht, wenn man grüne Schrift auf grüner Hintergrund, schwarze Schrift oder sowas hat. Probiert es einfach mal aus. Und ja, das war es von meiner Seite. Wenn ihr selber einen schreiben wollt, also von Hand wirklich schreiben wollt, schreibt ihr mir das. Und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.